Player! Lege mal den Oma Mamusch in der Mitte! Mitte! Ja! Oma Mamusch! Hä? Und Oma Mamusch jubelt vor der Kurve! Ich weiß nicht warum er das macht! Dieser eine Moment! In der 30. Aber wieso? Jetzt macht er da den hier! Oma Mamusch, auf damit! Jetzt wird es nicht böse gemeint. Aber vielleicht hat er auch im Vorfeld einiges von Fans abbekommen. Dann kann ich es vielleicht verstehen. Trotzdem ist das unnötig, Provokation. Wir gucken das noch mal. Auf jeden Fall kein Abseits! Kann ich dir zu 100% sagen. Wir sehen das hier. Und einen richtigen Moment gespielt! Oma Mamusch! Stark, Junge! Ach, natürlich! Jetzt geht's los! Auf einmal pfeift sie wieder so klein! Oh nein, ist er frei! Nein! 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 Ich hab's geahnt! Ich hab's geahnt! Und Baku macht's! Ich hab's im Ansatz schon gesehen! Ich hab's im Ansatz schon gesehen! Ach ja! Ich hab's im Ansatz schon gesehen! Oh, jetzt wird Hand gefordert! Elf Meter! Wer macht's? Mamusch, ne? Mamusch natürlich! Und... Mein Herz pocht gerade so sehr! Ja! 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 Let's go! Was ne Antwort! Ich liebe diesen Jungen! Let's go! Ja!